so jetzt weiß ich nicht hier ist die fackel wir machen nämlich etwas anderes ich glaube das hier war es ja wir machen jetzt habe ich eigentlich den stein der hier irgendwo war schon mal gefixt da war ja irgendwo ein stein der herr noch nicht normal war okay so also ich habe etwas vergessen aber egal wir gehen jetzt in den nether das sieht echt irgendwie angsteinflüssen aus die frage so ein paket war noch nie die kreis ist ein paket im netter sie wirklich angsteinflüssen aus nein was wir heute vorhaben ist wir werden endlich das wir werden hier endlich etwas bauen im netter wir werden etwas im netter bauen und zwar werden wir das so machen um das portal herum ich werde nicht das schloss da unten neu machen sondern ich werde es hier machen und ich habe mich dazu entschieden das gebilde was wir hier bauen werden das wird ein schloss sein und zwar john marsh wird sich jetzt wirklich freuen wir das hört wir werden asgars schloss hier nachbauen und zwar das schloss der eldanes aus dem ersten teil es hat zwei gründe eigentlich sogar drei gründe warum ich das aus dem ersten teil baue nicht aus dem zweiten die erste grund ist aus dem zweiten haben wir bereits die gebaut jetzt waren wir etwas aus dem ersten teil der zweite grund ist das ist im ersten teils hat noch nicht so genau detailgetreuung wie im zweiten teil sprich ich kann es besser nachbauen mein kopf dadurch dass einfach alles so block grafik hat weil ich hatte das problem in der hülle der er ist und einfach vieles nicht nachbauen weil es zu detailgetreu war ich musste es ungefähr nachbauen hat mir nicht so ganz gefallen und hier kann ich es besser nachbauen weil da im vampire stone 1 die grafiken auch noch nicht so gut waren die mal ex benutzt hat ist einfach so und der dritte grund ist und das ist tatsächlich der entscheidende grund warum ich nicht den zeit das aus dem zweiten teil genommen habe ich habe als ich damals wenn zomi mini zomi pikmin als ich damals vampire stone 2 ancient blood let's played habe und durchgespielt habe automatisch dieses new game plus auf spielkatz gerade normal angefangen und ich hatte drei spielstände und dummerweise habe ich tatsächlich zwei dieser drei spielstände mit diesem new game plus spielstand überspeichert das heißt ich war da wieder komplett am anfang konnte das schloss einfach nicht mehr begehen und der dritte spielstand der war direkt vor dem endboss kampf da konnte ich auch nicht mehr zurück das habe ich tatsächlich versucht das zum gehen ich habe versucht die spielstände für die verschiedene enden die auf der webseite von vampire stone angeboten werden wo habe ich runtergeladen in den self game ordner getan und habe dann auch versucht dort zum schloss runter zu gehen das blöde ist dass die das gleiche problem haben wie mein letzter spielstand dass ich da schon direkt vor dem endkampf bin und nicht mehr zurückgehen kann deshalb so war ist da oben schaden keine ahnung deshalb konnte ich die auch nicht benutzen habe ich mir gedacht egal dann spiel fängst du halt noch mal kurz einen spielstand an spielst soweit bist du das schloss wieder bist und fertig dann kannst du das begehen da hatte ich allerdings zwei probleme zum einen habe ich gemerkt nachdem ich dann mit asker bei diesem turm bin von dieser magierin soweit hatte ich wieder gespielt ich habe dafür fast fünf stunden gebraucht probleme habe ich fast fünf stunden gebraucht und ich war immer da war ich immer noch nicht zu weit habe ich mir gedacht das dauert mir zu lange möchte ich nicht außerdem hatte ich da das problem ich möchte ja auch den kerr hätte dann auch den kerker gerne mit machen wollen und dafür hätte ich aber diese barriere weg machen müssen ich hätte also den schlüssel weg machen müssen das heißt ich hätte noch viel mehr spiel müssen die zeit habe ich aber tatsächlich nicht außerdem wenn wenn ich schon so weit spielen müssen hätte ich lieber gleich ein neues let's play darüber gemacht vielleicht nüge ein plus spielstand let's play keine ahnung aber das die zeit dafür habe ich erst recht nicht ich habe dann sogar noch der ist weg ist jetzt tatsächlich in der anderen welt mal nachsehen ja ich habe tatsächlich im vampire storm forum nach einem spielstand gefragt das war von das ist jetzt nicht wahr oder ach komm das ist doch ein wo bin ich jetzt das ist doch ein witz da ist da ist das ding das ist doch echt ein witz ich muss das portal unbedingt direkt wenn ich jetzt da hoch und deaktiviere das portal toll lassen zombie der hat mich natürlich schon gesehen das ist doch recht ein witz nachdem ich in der letzten aufnahme so ein pech hat und mir das alles wieder her tun musste und jetzt falle ich da einfach runter nein skelette ich muss echt außenrum naja auf jeden fall habe ich im vampire storm forum auch nach einem spielstand gefragt der kurz davor vom schluss ist aber noch nicht beim endkampf so dass ich noch mal die ganze welt erkunden kann das war vor zwei drei tagen und da bis jetzt noch keiner darauf geantwortet habe ich also pech deswegen nehme ich das aus dem ersten spielstand denn da habe ich tatsächlich eigentlich habe ich auch drei spielstände bei zwei davon habe ich das problem dass ich direkt vom endkampf bin und nicht mehr zurück kann bei dem dritten allerdings das war der spielstand den ich zum fifa haus daher genommen habe toll da ist ein creeper und und da ist ein skelett da habe ich auch noch irgendwas gesehen da vorne es wird da direkt da vorne ein creeper sein oder man wir waren level 28 und dann passiert mir so einen scheiß nur wegen diesem blöden mini zoll army pikmin nur weil da das spiel irgendwelche fehler hat und da oben ein portal gemacht hat da ist tatsächlich ein creeper und eine hexe und die hexe hat mich gesehen hat die sich jetzt selbst verdammt 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 schwert ok die ist weg ok komm hoch 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 habe ich die gute bogen schon jah ok 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 das bitte noch mal ausgeglichen aber sie ist gestorben wo ich sollte dringend was essen durch das take schon ja so das ist eine kleine hülle das gefällt mir davon ist ein kripper so auch mal ganz kurz die sachen holen ich hoffe da kommt jetzt niemand wieso kriegt den pfeil nicht das ist doch echt das ist euch blöd vergiftung so ich weiß nicht habe ich alles ich hoffe schild vergiftung ist weg die vergiftung wurde irgendwie abgeschwächt kann das sein ich kann den pfeil nicht mehr aufnehmen wieso nicht so jetzt schauen wir erst mal ob wir wieder alles haben das passt dass wir zack da kann ich jetzt wieder mal reintun ich habe glasflasche bekommen karte das dahin die einer truhe habe ich eisenbahnen kohle die stöcke zack zack ok jetzt da habe ich bekommen mein pfeil ok das andere sind monster sachen ich habe tatsächlich alles bis auf meine erfahrungspunkte habe ich alles wiederbekommen war dieses blöde portal oben das wird jetzt deaktiviert das hätte ich gleich machen sollen ich wusste gringer und ich bin damals beide fast gestürmen gringer ist sogar runtergefallen glaube ich ich muss hier doch irgendwie hoch kommen und irgendwie hoch ich baue ich baue ich baue ich baue mich jetzt einfach hoch einfach hoch bauen Zack So Na toll Okay, das passt Komme ich hier hoch? Zumindest fast Okay, das bauen wir ab Dann kommen wir nämlich hier hoch Und jetzt sind wir tatsächlich fast ganz oben Ähm, das ist jetzt blöd Will ich da auch so irgendwie hochkommen Wenn ich Nein, das ist falsch Das machen wir so Dann würde ich nämlich auch hier hochkommen Dann könnte ich jetzt da noch So Na toll, ich hab keine Diamantspitzhacke dabei Die wäre in der Endertruhe Die wollte ich aber Da im Nether aufstellen Wir machen das also voll Ich werde die Endertruhe jetzt Äh, dort hinten aufstellen Oder nein, nicht dort hinten Hier vorne Werde ich sie einfach mal aufstellen So Die geht's jetzt an den Äh, an den Kragenportal So, und wenn ich jetzt Jetzt war ich natürlich in der falschen Richtung Als ehrlich So Geh kaputt Weg mit dir Toll Nein Au Ich sollte aber nie was essen Jetzt hat er zwei deaktivierte Portale Ich Also ich weiß nicht, wo er das nächste hin macht Ich meine, das hängt tatsächlich nur an den Blättern Ich hab keine Ahnung, wo der das nächste hin macht Ich hoffe ja natürlich, er macht gar keins mehr Das wär das Beste Boah, das hat mich echt aufgeregt Und ich wollte mir eigentlich schon die Hose verzerren Hab schon gehofft, dass ich da wieder Haltbarkeit drauf bekomme Und jetzt bin ich wieder Level 7 Toll Ich hoffe, er findet das Portal dieses Mal Wir können das ja mal kurz testen Wahrscheinlich macht er gleich nochmal ein neues Portal Ach, das brauchen wir gar nicht testen Wir müssen früher oder später so wieder zurück Jedenfalls hab ich auch überlegt Wo ich Ein Asker schloss aus dem ersten Teil Jetzt, ihr habt ja die Gründe gehört, warum ich es aus dem ersten Teil mache Ähm Auf jeden Fall, äh, den Spielstand Mit Fahrer aus Ustra Da konnte ich halt zum Schloss zurück Deshalb hab ich den auch gewählt Ähm Und Ich hab mir dann auch einen Platz ausgesucht Wo ich das Portal mache Und der Platz, wo ich das Portal mache Ist da, wo der Äh, Ronak im Raum ist Da, wo man auch angeblich das Passwort Ähm, für Askers Groove findet Dahinter ist ja so ein Oh Ist aber die falsche Seite Dahinter ist der, äh, so eine Aussichtsplattform Und dort möchte ich das Portal hinhaben Dort möchte ich das Portal hinhaben So, ich hoffe, er findet es dieses Mal So Dann fangen wir doch mal an Ich möchte das Portal in der Mitte haben Also geh, ich schau euch jetzt mal nach Ein Ich hab das tatsächlich auch jetzt Den Spielstand gerade auf dem Laptop, äh, aktiv Also ich spiel da jetzt am Laptop Da kann ich jetzt einfach nachgehen Und das ist viel besser, als wenn ich es im YouTube-Video nachsehe Auch ein Grund, warum ich, äh, den zweiten Teil, äh, das Schloss jetzt im ersten Teil genommen hab Und ich hätte jetzt auch natürlich auch im zweiten Teil Mehr in YouTube-Videos absehen können Aber das war so anstrengend Und so geht es doch einigermaßen schneller So, also eins, zwei, drei, vier, fünf Fünf Das heißt, von hier aus Ich, ich hau schon mal die Diamantspitzehacke wieder da rein Kann auch das Zeug hier alles reinhauen Eigentlich kann ich hier alles reinhauen Die Grasblöcke auch Ja, davon krieg ich noch was Den da auch Da krieg ich noch was Ja, den möchte ich aufheben Die Schere Können ich mitnehmen Ja, okay Das, äh, Scheinziegel werde ich verlegen Also eins, zwei Oh Hab ich hier mal zugemacht, oder ist das Loch von alleine? Keine Ahnung Ähm, jedenfalls Eins, zwei, drei Zack Äh, und hier Vier, fünf So, und wie viel ist das Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Zwölf Also von hier aus dann sechs Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Hier nicht Hier nicht Okay Das kann ich ja dann schon mal verlegen Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Neun, zehn, elf, zwölf So, das ist, glaube ich, so Zwei, drei Vier, genau Und das hat diese Höhe So, und dann machen wir jetzt alles Eigentlich sollte ich das mit einer Steinspitzhacke oder sowas machen Wisst ihr was? Ich mache es mit einer Steinspitzhacke Das ist viel besser So Da komme ich Hier seht ihr, das geht auch so schnell Und eine Steinspitzhacke Ist doch egal Und ich baue dann auch nicht zu viel ab So Also da bin ich jetzt dann wirklich gespannt Wie das jetzt dann wird Ich möchte das gesamte Schloss nachbauen Da bin ich mal richtig gespannt Und das war tatsächlich auch ein Wunsch von John Marsh Also ich hoffe, er freut sich da Dass ich den Wunsch nach so langer Zeit tatsächlich auch mal berücksichtige Ich meine, nach Bei Folge 100 habe ich, glaube ich, bei Mit der Höhle der Elras angefangen Und jetzt haben wir fast, ja, über Folge 800 Und jetzt fange ich Oh, ich brauche mehr davon Und jetzt fange ich mit Mit Askas Schloss an So Ich möchte hier natürlich auch alles begehbar haben Okay So Dann Ist dieses Feld Ist jetzt von Zinnen umgeben Also da kommen jetzt überall Zinnen hin Außer Jetzt muss ich mal nachsehen Eins Zwei Zwei Drei Vier Fünf Zwei